So, rüber, jetzt sind wir jetzt da. Yes! Sie läuft. So, Alter. Diese Musik, ja, bam, bam. Oh, okay. Yes! Oh, oh, ein... Oh, yes! Da waren auch Löcher. Sind gar nicht an. Okay. Pseudo fallen, nur die Hälfte ist an, oder was? Kaputt! So, gehangen. Attacken ist fett. Lang. Happy Face, Leute. Kontrollpunkt. Noch mehr Spieße. Schön durchrollen hier. Oh, man. Was ist das eigentlich für ein... Das sind komische Türen oder so. Lässt ja aus. Was ist die Hölle? Ist auch wieder so eine Tür, glaube ich. So Löcher an der Seite von der Wand. So, Gang. Da fliegen wieder Spieße durch die Gegend. Ähm. Okay, der ist wieder aus. Zack, zack, zack. Der ist aus. Der auch. Alter, warum sind die alle kaputt hier? Zack. Oh, da oben ist was. Okay. Äh. Alter, was ist hier passiert? Äh. 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 Ich hab' da oben drücken können. Egal. Alter, ich hab' doch... Ich war doch oben... ... mit Kuh gedrückt. Jetzt... Davon... Scheiß Boden. Hab' ich kusch' auf'n Boden hier oder was? So... Jetzt. Und... Tolle Treppe. Okay, ich muss wohl da so nix aus. Und... Und fetter Hebel. Ja. Nee, der da rechts bringt mir nix, der... die Säule... Ich geh' da nix lang. Da hab' ich mich hier schön so durch die Gegend klettern. Kletterpartie. Zack. Zack. Bo. Ne, ich hab' fallen. Los, schwing dich, Lady. Schwing durch die Kamera. Yay. Yay. Oh. Nicht runter. Oh. Da ist wieder... sinnlose Munition. So. Ich sag' mal, muss mal auf'n Hebel, wa? Los. Okay. Jetzt haben wir. Oh. Ah. Ein Tor weniger. Gär. Und sogar einen Kontrollpunkt. Ab durch die Matsch. Ja. Da ist nix mehr. Okay. Äh. Müssen wir wohl zurück, oder wie? Okay. Oh. Jetzt sind alle an, oder was? Was ist denn das für'n Hebel? Was? Alter. Äh. Äh. Wie? Sehle. Oh Gott. Au. Was ist zum... Du. 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 Nein. Die olden Klingen. Ne. Alter. Pfi. Äh. Ach. Der eine ist immer noch kaputt. Du. 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 Oh Gott. Ne. 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 Wo kommst du her? Wie kommst du hierher? Woher? Nicht ducken. Ach. Mann. Zum Arsch. War erkannt der? Warum? Wie? Was? Wo? Er hat zuvor nicht da und hat das nie Fall fallen. Woher ist der gekommen? Und wie ist es dieser Fall jetzt an? Sch*** doch, midi pack. Ttd. Tttt. Ttttt. Ttttt. Höh. Öh. So. ja auf der seite genau rüber klettern kann sich auch einfach machen das ist jetzt alles höher so ich halt echt konzentrieren also was das gebrammelt zu wenig ist ich erwarte euch keiner auf deiner seite ich mal drüber und ja ich denke auf diese seite sollte ich zack und da war jetzt auch was yes wow alter kandale yeah jo das benutzen warum ich hab's nicht mal gucken wow oh da ist ein hebel so schief 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 schon besser und wiii yes ups ha 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 nach heiter weniger so jetzt runter ja ich versuch mal so zack zack ja da hüpp 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 wöö schön dich bitte rein hier ja ich geh mal drunter hm ich muss jetzt das teil wieder verschieben denk ich mal das könnte ich dann auch benutzen sogar ja geh mal drunter und ah Nicht verletzt, cool. So, nimm. Und zieh mir deinen Steckenmuskeln. Ich hatte ganz normales Handy, aber kann so ein fettes Teil bewegen. Einfach so. Seriously, ich stelle das auch mal hier auf den Schlamm. Ja, und da ist noch ein Schlamm für zu für den nächsten Flieh. Ja, ich mache das. So. Komm her. Komm mit. Komm, Beifuß. Oh je. So, ich will es aber nicht hier mit dem Kopf da irgendwo dranknallen. Scheint zu funktionieren. Okay. Komm, wir schnüren. Oh, Kamera. Oh, mir geht ein Busen. So. Yay. 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 Ekstase. Okay. Mal da drauf. Flock. So, jetzt der nächste. Zack. Und. Okay. Nächster festhalten. Was war das? Hui. Nein. Verdammt. Komm her. Her rüber. So. Er war so nah oben. Plups. Du, 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 spring, na, spring. So. Hui. Oh, muster. Ängstliches Face hat nur noch Augen und kein Mund mehr. So. 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 Ach nee, jetzt ist das wie drüben auch. Spieß. Ausweich und Kletterpartie hier. Ach nee. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Einfett. Oh. Mus. Das ist ein Secret. Das ist ein schwarzes Fleck, nur. Ach, da. Hinten. Ich dachte schon, was ist so besonders an einem schwarzen Löch? Hm, könnte ich... Wie geht das? Einfach da hochklettern am Ende und dann da rüber. Das wär's doch voll. Alter, wenn das geht, ne? Okay, doch nicht. Das hat mich auch gemacht. Ich sollte dann tracken, die weggegeben, halt. Das war hoch. So. Und zack, zack. Ja, das geht so. Jetzt noch mal. So. Keine große Pause zwischen den anderen. So, der ist auch an. Fuh. 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 So, 60 Spieß. Runter. Ups. So, da ist er. Auf den Pfosten drauf. Yes. Schön drauf bleiben. Okay, das ist wohl für zurück wahrscheinlich wieder. Wie drüben. Einmal hin, aber zurück. Wir müssen ja dann durch das tolle Tor gehen. Okay. Doch, das ist ja einfach diesmal. Nicht alles so zerfetzt hier. Cool. Geh mal mal. Was? Was? Wo? Wo? Nein. 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 Hopp. Hopp. Was soll er? Warum? Wie? Was? Okay. Okay. Okay, sie sind weg. Ach, Seile. Seriously. Was? 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 Warum war da einfach so ein Wölf? Die ganze Zeit. Gäste. Nehmen. Zünen. Boah, das ist wieder so Mr. Dancing Mumie hier. So, was ist da? Das ist gar nichts, oder wie? Okay, okay. Jo, Mr. Mumie. Fragen wir dich hin. Ich, ja, die schmeißen wir mal runter, oder? Kommst du? Ja. Oh, jetzt Danceacker nicht mehr. Jetzt hängt er nur los. Oh, jetzt perks freiner한테. poo raus,ränkungen, Scheißen wir mal runter, kann ich dir mit der Schrecke nicht 없어요. kind bei der Schreckte. SIPON object 되고